Die neuen MacBook Pro Modelle 2021 kommen in 14 und in 16 Zoll in einem neuen Design mit neuen Prozessoren und auch mit einem neuen Tastaturlayout, vor allem aber auch mit einem neuen Display und in diesem befindet sich jetzt eine Notch, genauso wie im iPhone und in diesem Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr diese ganz einfach verstecken könnt. Wenn du mehr Videos zum neuen MacBook Pro sehen möchtest, schreib mir doch mal gerne die Themen in die Kommentare, die dich interessieren und lass gerne ein Abo da, damit du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst und ich zeige euch jetzt direkt nach dem Intro, wie man ganz einfach die Notch im neuen MacBook Pro verstecken kann und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Die Notch im MacBook Pro ist je nach Wallpaper besser oder schlechter zu sehen, wie jetzt in diesem Fall sieht man die Notch ziemlich gut, wenn ich jetzt aber einmal das Wallpaper wechsle, dann seht ihr schon, dass sie nicht mehr allzu gut zu sehen ist und dementsprechend besser versteckt wird. Es gibt auch Programme, die die Notch komplett ausblenden, wie zum Beispiel Final Cut oder sehr viele Vollbildprogramme, die dann direkt die Notch sozusagen nicht mehr darstellen, aber es gibt auch eine weitere Methode, mit der ihr ganz einfach die Notch komplett ausblenden könnt. Und zwar funktioniert das mit einem kleinen kostenlosen Programm, was ihr ganz einfach herunterladen könnt auf eurem Mac, nämlich mit Top Notch. Ihr findet den Link natürlich unten in der Videobeschreibung und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit, das Ganze herunterzuladen. Das Ganze funktioniert ab Mac OS 11 oder neuer und wenn ihr das dann heruntergeladen habt, dann habt ihr die Möglichkeit, Top Notch ganz einfach zu öffnen. In eurem Programm könnt ihr das dann hier auswählen und daraufhin öffnet es sich dann hier oben in der Status Bar. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mit diesem kleinen Regler ganz einfach Top Notch zu aktivieren und entsprechend hier die Notch auszublenden. Und wie ihr seht, wird die Notch jetzt hier wirklich gar nicht mehr dargestellt, weil eben die komplette Status Bar nun schwarz ist. Wir haben hier diese leicht abgerundeten Ränder, die normalerweise oben ebenfalls dargestellt werden. Das heißt, es sieht auf jeden Fall wirklich sehr gut und ja sehr realistisch dargestellt aus. Ich persönlich finde auf jeden Fall, dass es eine sehr schöne Methode ist, weil ihr keinen Inhalt von eurem Mac-Bildschirm verliert, sondern die Status Bar wird einfach nur schwarz eingefärbt und daraufhin werden die ganzen Icons hier dann eben in weiß dargestellt. Die Notch verschwindet, aber ihr habt immer noch genauso viel Inhalt wie vorher. Die Ränder werden leicht abgerundet und so sieht das Ganze dann entsprechend auch organisch ins System integriert aus. Das ist komplett kostenlos und so habt ihr eben die Möglichkeit, das Ganze hier zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das soll es denn jetzt aber auch schon wieder mit diesem kurzen Quick-Tipp zum neuen MacBook Pro gewesen sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Sollte euch die Notch tatsächlich so sehr stören, dass ihr sie ausblenden möchtet, dann ist das hier mit diesem Programm ganz einfach kostenlos möglich. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere Videos zum neuen MacBook sehen wollt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen kurzen Tipps und Tricks zum neuen Mac verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!